Servus liebe Kinderaktorer! Schön, dass ihr heute wieder zu mir reinschaut. Wo packe ich alles ein, wenn ich am Wochenende verreisen will? Schwierig! Der eine Rucksack ist zu klein, der andere ist viel zu groß und vor allem dann der Rucksack oben ist ein Toploader, da muss ich dann ewig runter Willen und Findbacks. Eine sehr gute Lösung bietet jetzt doch die traditionelle Outdoor-Marke an, nämlich den Dr. Duffel. Und den Dr. Duffel gibt es in verschiedenen Größenabstufungen. Ein ideales Reisegepäck, also es beginnt mit 20 Litern, 30, 40, den Steinreich-Würfer, 70 Liter und 110 Liter für alle, die gerne mehr mitnehmen, wenn sie in Urlaub fahren. Bewusst habe ich mich für dieses 3,40 Liter Modell entschieden. Warum? Ganz schlicht und ergreifend, weil er eben ideal ist für ein Wochenende, um wegzufahren. Hergestellt ist er aus einem Tausender Dekodura. Obermaterial ist es jetzt selber. Das ist richtig reißfest. Da passiert nichts. Wenn ich da drüber gehe, sehe ich das selber nichts. Aber was ist das Besondere? Was unterscheidet den? Und hier komme ich auch dazu, warum heißt der Dr. Daffel? Ja, hier sind wirklich einige tolle Detaillösungen. Hier schaut es mal her. Dieser Haupteigen Zugriff. Der Reißverschluss, der lässt sich wunderbar absperren. Und da ist hier aus Metall. Das heißt, kein Plastik, das ich schnell knacken kann als Dieb, sondern da muss ich schon massiv das Werkzeug einsetzen. Und hier eben wunderbar zwei Ösen, die zusammenpassen, um ein Vorhänge-Schloss aufzumachen. So, aber jetzt kommt der wirklich große Moment und das ist etwas ganz Besonderes, was den Dr. Daffel von anderen unterscheidet. Hier, schaut es mir an, wie sich der da aufklappt. Wenn ihr jetzt hier mal herguckt, wie eine alte Arzttasche. Vielleicht kennt ihr das noch aus den ein oder anderen Western, wenn dann der Doktor kommt zum Sheriff, der verletzt ist und macht da seine Arzttasche auf. Genauso einen Klappmechanismus haben wir auch. Da innen drin, das gefällt mir auch typisch, Bach. Es ist wunderbar, alles hervorragend, aufgeteilt, organisiert. Ihr kriegt ja alles unter und ihr findet hier alles wieder. Die Zahnbürste muss nicht irgendwo rumfahren. Die kriegt ihr hier rein. Dann die Stinke-Socken, für die gibt es auch ein extra Fach. Das könnt ihr alles extra unterbringen und das Ganze ist dann wirklich wunderbar verteilt. Genau, hier sind wir schon bei den Stinke-Socken. Also haben wir zum Beispiel ein Fach, da könnt ihr die Stinke-Socken rein, dann zum Beispiel. Oder hier diesen praktischen Schlüsselhalter, damit ihr den nicht sucht und rote Ohren kriegt. Und immer von überall Seiten habt ihr guten Zugriff. Aber der Dack der Daffel lässt sich auch verwandeln und das macht ihn besonders sympathisch. Wenn ihr dann längere Strecken zu Fuß zurücklegen müsst, habt ihr nicht immer nur eine Tasche, die ihr so tragen müsst, sondern der Dack der Daffel lässt sich auch in einen Rucksack verwandeln. Aber erst noch, das ist auch wieder so kleine, aber feine, nette, gute Detaillösung. Hier, ihr seht selber, ihr könnt die beiden Träger so zusammen tun oder eben auch da oben das Ganze packen. Aber jetzt kommt es, und das macht das Ganze auch noch so hochwertig. Ihr könnt in wenigen Handgriffen den Dack der Daffel in einen Rucksack verwandeln. Hier einfach die beiden Träger rausziehen, die sind unten drin versteckt. Dann einfach einklipsen und um damit zum Hotel, zum Flugzeug, zum Gate zu gehen, ideal. Bitteschön. Und alles in hochwertigster gewohnter Qualität, wie wir es von Bach her kennen. Weil ich gerade gesagt habe, Flugzeug, so wie ich jetzt habe, der Dr. Daffel 40 Liter, der ist exakt zugelassen, wenn er gefüllt ist, damit ihr ihn als Handgepäck mitnehmen dürft ins Flugzeug und dort auch ohne Probleme verstauen könnt. Ja, was soll ich sagen zum Dr. Daffel? Ich habe mich sehr überzeugt in seiner hochwertigen und sehr, sehr cleveren Verarbeitung. Und da kann es nur eines geben. Ganz klarer Fall. Von sechs möglichen Kompassen bekommt der Dr. Daffel von Bach sechs Kompasse. Kann ich wirklich empfehlen. Ist sehr Geld wert. Sehr robust. Cleaner Optik. Gibt es in verschiedenen Farben. Also den gibt es in fünf verschiedenen Farben. Den Dr. Daffel 40 Liter. Es gibt auch eine Limited Edition, die dann ausführlich aus den 80er Jahren. Also es ist für jeden Geschmack was dabei. Und wie gesagt, eine hochwertige Verarbeitung. Sei es jetzt hier der Brustgurt oder eben auch die Griffe. Man merkt einfach, es ist wirklich etwas Besonderes, was Bach hier wieder produziert hat. Ja, meine Lieben, soweit von unserem Kinder-Outdoor-Test. Weitere tolle Kinder-Outdoor-Tests findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Und zwar am besten draußen. Macht's es gut bis dahin. Viertens. Servus. Euer Olli.